Mein Name ist Uwe Herzogt. Ich bin PADCAM-Spezialist in unserem CONNECT-VENTLE-Team bei Henry Schein. Die Intro-Aural-Scanner sind ja das initial notwendige System, um in die Digitalisierung einzusteigen. Auf dem Sprung sind auch viele. Es gibt schon viele Anwender draußen, aber auch der Rest möchte diesen Sprung auf den Zug nicht verpassen. Dazu kommt, dass nachdem Marketing und Werbung von Herstellern in den letzten Jahren diesen Hype schon länger beschrieben haben, ist aber jetzt die Technologie erst richtig im Markt angekommen und ist auch akzeptiert. Jetzt geht es nicht mehr um die Frage, kann der Intro-Aural-Scanner das, was von ihm erwartet wird, sondern wann steige ich ein und was möchte ich damit machen?